Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Letz Solo und zwar von QWOP. Ja, das Spiel heißt so. Ganz einfach, weil die Steuerung QWOP ist. Ist mir gerade in diesem Moment aufgefallen. Es geht darum, 100 Meter zu laufen und ob wir das schaffen werden, werden wir gleich sehen. Früher habe ich die 100 Meter relativ gut bewerkstelligen können. Mal sehen, ob davon noch viel hängen geblieben ist. Ja, wir bewegen uns mit QWOPOP. Und ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig die Ahnung. Ja, 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 sehr gut. Komm, 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 komm. Komm, nein, und, ach verdammt. Aber 2,5 Meter immerhin haben wir schon geschafft. So, dann, okay, so. Oh, das sieht doch grazil aus. Das sieht, nein, ah, ah, 3,2 Meter. Wir steigern uns. Nein, 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 oh, oh. Nicht rückwärts, nicht rückwärts. Oh, oh, okay. So viel zum Steigern. Ja, scheint wohl doch nicht so viel hängen geblieben zu sein, wie ich anfangs dachte. Komm. Ah, 1 Meter genau. Ihr habt auch einen ekelhaften Geschmack, was Spiele angeht, oder? Ja, diese... Ja, ich kriege jetzt schon wieder so einen Krampf, ne? Was zum Teufel machst du da hinten mit deinem Bein? Ist ja schön. Ich glaube, er würde immer wunderbar Saltus hinbekommen. Aber das ist, glaube ich, nicht das Ziel. Nein. Nein. Oh, nein. Ah, Mann, ist das schwierig. Ich glaube, man braucht da... Ich glaube, so schwer ist das im Endeffekt gar nicht, wenn man erstmal den Bogen raus hat. Ich verwechsel nämlich einfach die Tasten im Moment immer. Und das ist das Problem am Ganzen. So, jetzt so. Ah, 2,2 Meter. Immerhin wieder mal ein bisschen nach vorne gegangen. Na, komm. Nein, okay, dann war es doch diese Taste. Na, immerhin kommt unser Kopf ein bisschen vorwärts, wenn wir so fallen. Ist ja auch schon mal was. Ich kriege einen Krampf. Ich glaube, das letzte Solo wird nicht allzu lange dauern. Ähm. So, jetzt komm endlich. Beweg deinen Hintern. Nicht nur deinen Kopf. Meine Güte. Komm, 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 komm. Alles gut, alles gut. So, und jetzt zieh das Knie ein und... Alter. Ich krieg den Krampf. Na, Mann. Ich glaube, wir müssen mit dem anderen Bein starten. Okay. Also erstmal mit dem und dann ranziehen. Oh, Gott. Die Forderung war auch, so lange zu spielen, bis ich 100 Meter schaffe. Ähm, wenn wir 100 Versuche haben und jeweils einen Meter schaffen, zählt das dann auch als 100 Meter? Weil was anderes traue ich mir im Moment nicht zu. Wahrscheinlich würden wir auf Dauer sogar noch in den Minusbereich gehen. So, jetzt komm. Oh, 2,4 Meter. Das ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Okay, das war schlecht. Aber wir können uns halten. Wir können uns halten. Okay, lassen wir uns lieber fallen. Ey, wow. Ich drück gar nichts mehr. Der hält sich nicht schlecht. Nicht schlecht. Fall mal hin. Sonst geraten wir noch in den Negativ-Dings. So. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Und jetzt diesen Fuß ran. Mann, du hast doch null Gleichgewicht, oder? Bist ja fast so wie ich. Meine... Nein, 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 nein. Nein. Aha. Man muss echt lange arbeiten, glaube ich, um hier den Dreh rauszuhaben. Jedenfalls geht es mir so. Es gibt nur vier Tasten. Aber ich verwechsel sie immer wieder. Und ich glaube, man muss einfach von Anfang an alles richtig machen. Man darf sich keinen Fehler leisten, oder sowas. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ach, verdammt. Schön, dass du mit deinem Fuß in deine Hand einschlagen kannst. Aber das ist jetzt hier eigentlich gerade nicht gefordert. Wie habe ich denn das vorhin so gut geschafft? Bis 3,2 Meter. Okay, vielleicht so in dem Dreh irgendwie. Der... Ich glaube, der Versuch am Anfang war am besten, oder? Irre ich mich da jetzt. Oh, komm! Nein! Oh, wir hatten es fast geschafft. So, komm, komm, komm. Ähm... Dann halt das Bein dahin. Mann. Im Ansatz sieht das alles schon manchmal gar nicht so schlecht aus. Rein theoretisch. Also für meine Verhältnisse. Oh, ja. Guck mal, in der Luft sind wir doch gut gelaufen, oder? Vielleicht muss ich auch einfach mal... Ich drücke jetzt einfach mal irgendwelche Tasten. Ohne wirklich genau zu überlegen. Klappt im Moment auch noch nicht so gut. So, jetzt das Bein. Dann das Bein. Ach, verdammt nochmal. Es ist zum Kotzen. Schlagt mir doch mal spaßiges Spiel. Oh, nein! Nein! Das waren nur 1,7 Meter? Nein! Oh, verdammt! Ha! Wie wäre es mit spaßigen Spielen? Habt ihr Vorschläge für spaßige Spiele, die Spaß machen? Wisst ihr? Nicht sowas wie das hier, oder I Wanna Be The Guy, oder... Trosch, oder so. Alter, was ist denn hier hinten noch? So, jetzt kommen. Und? Ah, 2,7 Meter immerhin. So, den Fuß auch noch nach... Ah, den haben wir zu spät nach vorne gezogen. Okay. Okay, wir müssen das irgendwie... Ah, okay, den haben wir sowieso schon verkackt. Aber immerhin sind wir nach vorne gekommen. So, ah! 2,1 Meter waren das? Ja, wir konnten immerhin auch den zweiten Schritt noch absolvieren, ohne zu stolpern dabei. Seht ihr? Das ist doch schon mal... Oh, das sah aus wie Hochsprung. Falsche Disziplin, glaube ich. Komm. Und jetzt muss das... Ja, dann stolpern wir irgendwie. Ach, verdammt! So. Und dann gleich das Bein hinterher, oder so? Ich hab keinen Plan. Ich weiß doch selbst nicht, wie man läuft. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, 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 oh. Ich dachte, er fliegt jetzt übers Tier hinaus. Also, hinfliegen hat er auf jeden Fall drauf, würde ich sagen. Zumindest, oder ich. Je nachdem. Wie man will. Oh, wunderschön machst du das. Wunderschön! Guck mal, athletisch ist er ja dann in irgendeinem Sinne, oder? 0 Meter. Okay. Komm. Komm. Ah! Wisst ihr, ich stelle am Anfang einen Rekord auf, den ich dann nicht mehr zu brechen vermag. Was ist das denn? Oh, oh, oh! Nein! Wegen dem Kopf, oder was? Wo ich als erstes aufkomme. Mann, wir waren schon übers Tier hinaus, glaube ich. Komm schon. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Moment, Moment. Konzentration. Fall nicht nach hinten, sag ich dir. Fall nicht nach hinten. Jetzt zieh das Bein nach. Oh, 4,2 Meter, das ist der Wahnsinn. Und ich würde sagen, wir beenden das Let's Solo einfach an dieser Stelle schon. Ganz einfach aus dem Grund. Wenn es gut läuft, soll man aufhören und 4,2 Meter ist natürlich ein voller Erfolg. Nicht? Egal. Wir sehen uns am nächsten Samstag dann wieder mit einem weiteren Let's Solo. Oder ihr schaut mal in andere Projekte hinein. Starten ja immerhin jetzt zwei neue. Und ja, wir sehen uns dann. Bis dahin und tschüss. Euch noch eine schöne Zeit auf YouTube.